hi leute willkommen zu einem neuen video heute geht es nicht um eine figur sondern ich möchte ihn mit diesem video auf das video von petendo antworten an dieser stelle schöne grüße an dich peter und zwar geht es darum sammeln und die schatten seiten ja die schatten seiten kennt jeder von uns und ich will mal versuchen die fragen durchzugehen und ein bisschen was dazu zu erzählen die erste frage ist thema der erste punkt thema zeitfaktor wie petendo schon sagte der zeitfaktor ist sehr hoch also ich bin ewig am gucken und da machen auch wenn es nicht immer von erfolg gekrönt ist man verbringt wirklich sehr viel zeit damit bei ebay kleinanzeigen zu gucken in allen möglichen online plattform facebook das ist ja noch die ganzen händler alles mögliche und ich bin quasi die ganze zeit angucken selbst auf der arbeit habe ich oft das handy da mit den sämtlichen fenstern offen und immer auf gehe ich auf aktualisieren und alles es nimmt schon sehr viel zeit im anspruch so punkt zwei platzmangel oh ja da kann ich richtig was zu erzählen beziehungsweise da habe ich richtig erfahrung mit es begann alles tatsächlich seit ich mit meiner frau zusammen lebe hatte ich meine sachen im küchenschrank drin es waren auch nicht viele sachen und ja und dann wurde es immer mehr und immer mehr irgendwann hatte ich die sachen dann im schlafzimmer neben mein bett ich hatte die in dem schrank drin ich hatte auf meine socken kommode hatte ich noch ein glasregal und darauf noch ein regal und immer weiter und immer weiter und ja es wird immer mehr und der platz wird immer weniger immer umgeräumt und es hat nicht lange gedauert da meinte meine frau also wir haben zwei söhne das große zimmer ist eigentlich groß genug möchtest du nicht dein eigenes zimmer haben und ich denke erst kannst du nicht machen oder kannst du doch ja ich konnte es machen kinder waren auch damit einverstanden ich hatte sie gefragt hätte auch anders laufen können jetzt habe ich mein eigenes zimmer es ist kein riesen zimmer es ist leider kleiner als ich es eigentlich benötigt nötigen würde aber ich bin froh es überhaupt zu haben ich sitze jetzt hier gerade drin und hätte ich das nicht dann hätte ich ja ich wahrscheinlich alles in kisten holen würde ich mir die sachen trotzdem aber ich hätte dann überall in kisten wahrscheinlich und ich habe ich habe hier fast alles nur vitrinen die vitrinen sind auch nicht von mir jetzt speziell ausgesucht worden in dem sinne dass ich mir dass ich jetzt im katalog geguckt habe eine vitrine neu gekauft habe die vitrinen sind aus geschäftsauflösungen zum beispiel von kleiner zeigen zu verschenken auch einige und 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 ja und so habe ich immer wieder umgestellt ich habe leider auch mit einem dachgeschoss ich habe leider auch eine schräge hier deshalb kann ich das nicht optimal nutzen ich habe erst vor kurzem schon wieder umgestellt ich habe mir jetzt sogar einen richtigen kleinen gang hier rein gemacht damit ich noch eine vitrine quer vorstellen kann da steht auch übrigens kassel grayskull nach kassel grayskull gott snack mountain snack mountain steht darauf auf die vitrine ist quer dahinter ist die tür von meinem zimmer und daneben ist noch eine vitrine die man jetzt nicht sieht und ich habe immer wieder umgestellt auch den inhalt stelle ich immer wieder um bei sagen wir mal meine groß passt das sachen zum beispiel hatte ich erst ganz woanders dann ist immer dann mehr dazu gekommen dann hat dann hat meine frau mir die feuerwache geschenkt die hat wieder nicht in die eine vitrine gepasst also musste das ganze eine andere vitrine und immer so weiter und daher ich kenne das sehr gut mit platzmangel ich habe jetzt auch noch etliche sachen in kisten ich habe auch ich muss dazu sagen ich bin nicht mehr so wie früher so extrem thema mask der thunderhawk den hatte ich in meinen topzeiten ungelogen 24 mal ich habe auch irgendwo auf dem laptop noch bilder davon das sah aus wie im geschäft ja ich habe mir mal gedacht ja der ist noch schön und der ist noch schön ich hatte etliche schöne schon in meiner sammlung aber ich wollte auch dasselbe modell immer immer weiter und selbst von den von den origins der erste skeletor nicht der vintage kopf skeletor sondern der andere ich hatte den als der neue rauskam ich wollte immer mehr habe ich dann war der da online ich denke den musste haben ich bin durch sämtliche geschäfte da gefahren und ich hatte den auch so bis zuletzt 14 mal 14 mal das bereue ich jetzt warum was was soll ich damit aber das war jetzt so derzeit so und dann irgendwann wurde das so eng hier in meinem zimmer da habe ich mir gerne brauchst du nicht ich habe schon etliche figuren wieder verkauft die doppelt dreifach fünffach zehn fach ab ja und so sieht es bis jetzt aus dinge die man nicht braucht lückenfüller oh ja lückenfüller ja wie sei es am besten nehmen wir mal thema flohmarkt ist eigentlich ganz gut oder flohmarkt lasse auch leben sein wo man reingeht jetzt und wenn man sie nicht online holt bei smith toys habe ich auch auch schon das eine den ein oder anderen lückenfüller geholt aber bleiben wir jetzt mal beim thema flohmarkt da denke ich mir mal ja das ist noch eine schöne deko und und das ganze noch gebrauchen obwohl die sachen gar nicht sammelt und alles und ich fand es aber trotzdem schön also habe ich sie mir geholt obwohl ich die eigentlich gar nicht braucht gar nicht sammeln ja gut weil was braucht man aber ich sammle die sachen gar nicht ich habe sie mir aber gekauft zum beispiel habe ich ein wie groß ist der 3 30 zentimeter großen halk baster von den avengers was soll ich damit also es ist jetzt keine teure figuren er waren zehn euro wirklich kinder spielzeug aber was soll was soll ich damit ich fand den aber geil zu dem zeitpunkt ich wollte ihn auch haben aber jetzt weiß ich nicht wohin damit er steht vor meinem schreibtisch auf dem boden also wenn ich die sachen auch ich meine ich habe jetzt schon hier ja ich habe jetzt schon hier richtig umgeräumt und habe auch endlich ist schon in kisten gepackt aber wenn ich die wirklich die ganzen lücken füller die nicht zu meinen zu meinen sag ich mal hauptsachen gehören die ich sammle gehören wenn ich das alles weg packen würde da hätte ich da ich bestimmt eine ganze vitrine leer selbst wenn ich die sachen in den kisten weg räumt und dann noch die sachen dazu mache ich habe ja auch turtles sachen turtles sachen ich habe bändlicher batman animated series das meiste war ich auch eine zeit lang ganz hinterher finde ich auch immer noch super aber mittlerweile ich bin froh die sachen zu haben die ich habe weil da auch viele aus meiner kindheit sind und ein paar die sachen die ich geil finde wie den turtles bus auch in ovp und aber ich brauche jetzt keine komplett sammlung davon maß das ist wieder eine andere geschichte aber da brauche ich die figuren auch jetzt nicht mehr nicht jetzt nicht mal so 50 mal oder so übertrieben gesagt es reicht mir wenn ich eine figur mock habe und eine auspacken kann da bin ich völlig zufrieden bei den meisten das seien es ein holler trooper so was haben wir noch finanzielle belastungen ja also mittlerweile muss ich sagen achte ich darauf ich achte darauf dass ich nicht zu viel kaufe ich habe zwar einen vollzeit job aber ich verdiene jetzt auch keine 100.000 im jahr also ich sag mal so früher habe ich gekauft und gekauft mehr als ich eigentlich hätte dürfen und hätte können sei einfach mal so da ging man auch gerne mal kann ich ja hier sagen bin ich auch gerne mal in das im dispo gegangen und so weiter wie es halt so war früher weil muss es die figur haben dann hier hin und her und überall vorbestellen das ist wieder eine andere sache da wurde ich auch richtig beschissen damals ich renne jetzt noch figuren hinterher die schon lange raus sind die werde ich auch wahrscheinlich nie im leben mehr sehen von diesem händler aber ich war überall am vorbestellen ich musste alles doppelt und dreifach und das übliche szenario wieder und das ging natürlich richtig ins geld mittlerweile achte ich darauf dass das erst mal meine familie versorgt ist dass da genug geld ist um ich sag mal zu leben zu essen was zu unternehmen da achte ich jetzt schon stark drauf und wenn das wirklich gar nicht geht dann dann lasse ich es muss ich es lassen also ich ich hätte ich ich sag mal so ich mache das jetzt nicht mehr so dass ich die sachen unbedingt haben muss und dafür wie soll ich sagen nur brot und wasser im grunde gibt hier also das mache ich nicht mehr dass man auch ich will nicht sagen jugend sünden weil so lange ist es noch nicht hier aber man lernt aus den fehlern punkt 5 aus spaß wird stress kann ich kann ich auch was zu sagen aus aktuellem anlass sunman und chlorfol bei rossmann habe ich gestern abend bei facebook gesehen habe ich mir gedacht geil die wird ja auch haben klar aber bei den origins da hole ich mir alles was möglich ist außer jetzt diese limitierten sachen wenn ich die nicht kriegt kann ich nicht ändern aber diese normalen sachen in anführungsstrichen möchte ich gerne alle haben die rauskommen und das natürlich auch und ich habe mich auf arbeit extra beeilt ich habe abgemacht ab so zugesehen dass ich wirklich sehr sehr früh feierabend hatte im vergleich zu sonst und ich bin ich bin in vier rossmann filialen gewesen und die haben noch nicht mal was davon gehört von dem masters und dann ist ja auch noch der mini comic stratos den es fast nirgendwo gibt der fehlt mir auch noch und der wird sogar als in der filiale verfügbar wurde er angezeigt ich gehe dahin ja da wissen wir nichts von und da naja da straut da staut sich der frust auch auf ich meine keiner von uns hat zeit zu verschenken keiner von uns hat geld in form von sprit fürs auto zu verschenken und ja da kann schnell stress werden und da kann man schnell auch ich sage mal eine stinkwut kriegen ich weiß noch mit dem mosquito als der rauskam barial überall habe ich das gesehen bei facebook geil ich habe den jetzt und ich wollte den unbedingt haben ich meine ich habe mir jetzt mittlerweile aber jetzt gibt es ja auch schon eine ganze zeit ungelogen ich bin an diesem tag lasst mich nicht lügen aber 10 10 10 zwischen 10 und 15 real märkte habe ich abgefahren ich bin und das kann ich mit sicherheit sagen über 200 kilometer gefahren und das über neben straßen nicht autobahn eine strecke sondern quer hier durch die ganze gegend ich habe die ganze real märkte abgeklappert auch da wo gesagt wurde ja hier sind die holt sie euch noch sind welche da und so weiter es gab nirgendwo welche und das kann einen richtig fertig machen und aber dass das mache ich jetzt auch nicht mehr also so das war das war so extrem ich habe das so bereut dann habe ich 40 kilometer von hier in hagen habe ich dann gesehen die haben noch welche gehabt laut einer aussage von einem aus der facebook gruppe und ich hatte an dem tag frei ich bin extra morgens hingefahren ich weiß ich weiß jetzt nicht wann der aufmacht um halb acht oder so oder macht weil sie jetzt nicht mehr auf jeden fall war ich eine halbe stunde bevor der überhaupt aufmachte stand ich schon vor dem laden ich wollte unbedingt der erste sein und damit ich unbedingt noch ein krieg und selbe übrigens mit dem bassehorack das war auch wieder so eine geschichte das war unmöglich ja jetzt gibt es die sachen überall auf jeden fall in dem realmarkt wie ich da reingegangen und ich habe gekriegt ich war so happy ich war ich war mega mega stolz auf die figuren alles ja da war ich am nächsten tag einkaufen bei uns im realmarkt wo sie nie was hatten aber mal gucke ich alles voll moskitos und dann ist so ein punkt da kommst du dir richtig verarscht vor da kommst du ich meine da machen ihr merkte ja nicht extra klar ich will jetzt auch ich will jetzt ja auch nichts anderes behaupten aber da kommt man sich irgendwie verarscht wo man strengt sich an man gibt sich mühe man man macht und tut man kriegt die figur nirgendwo dann kriegt man sie nachdem man sich oder etliche kosten hatte um da überhaupt hinzukommen um daran zu kommen und dann hängt die wir selbstverständlich einfach im laden aber es man weiß es auch nicht das ist ja auch alles so ein zufallsprinzip bei real jetzt zum beispiel wenn man da fragt kein mensch kann einem sagen wann wann die figuren geliefert werden ja ist da haben wir noch nichts von gehört können wir nicht sagen wissen wir nicht warum lkw ist ja das ist auch so eine sache gut punkt 6 haltwert zeit nichts hält für immer ja also ich kann leute verstehen die vintage mocks immer noch kaufen ich kann die leute verstehen ich hätte auch gerne selber gerne vintage mocks ich liebe die vintage masters absolut aber sie sind halt sehr sehr teuer das einzige was ich hatte oder habe ist von hemen hemen new adventures habe ich den skeletor in ovp und lose das war aber eher ein glücksgriff aber auch nicht der top zustand aber gut ich habe ihn halt und das freut mich und ich habe das weapons pack vintage als mock im sora case das ist alles mehr habe ich nicht von diesem von dem masters vintage in als mock ich würde ich würde sofort wenn das nicht so teuer wäre würde ich mir die mocks auch jetzt noch holen gut bei vielen da löst sich ich kenne das auch von freunden da löst sich da löst sich die farbe ab da ist abrieb im blister obwohl die wo die nie geöffnet wurden weil weil die sich halt bewegen da klar und bei manchen da hängt da richtig die suppe drin weil weil die weil der weichmacher rauskommt und das alles zerläuft aber ganz ehrlich ich würde sie mir trotzdem holen aber auch bei den losen figuren ich habe zum beispiel triclops und mannett arms da sind die füße weg gebrochen die sind einfach einfach abgerissen einfach so die sind nicht hingefallen oder sonst was einfach das löst sich auf ist klar dass diese sachen sind 40 jahre alt es löst sich auf alles aber ich muss sagen wenn ich mich jetzt so umguckt die die meisten sachen die ich habe von von den vintage sachen und es sind auch nicht bei weitem nicht alle komplett ich habe auch ich bin ich begnüge mich auch damit wenn etwas nicht komplett ist hauptsache ich habe es überhaupt mal in der hand aber die meisten sachen die sind echt noch gut klar favorit ist bei vielen da ich habe kaum welche die wirklich mint sind da wo wirklich gar nichts dran ist aber da muss man nicht das verbindet das verbindet ein jahr mit seiner kindheit das ist ja das ist ja das ist ja nicht dazu da dass fange ich anders an es ist ja nicht dazu da dass ich im grunde nur makellose sachen da stehen habe in dem sinne sondern zumindest für mich es ist hauptsächlich dazu da die sachen die ich in meiner kindheit so schön fand und ist immer noch tour dass ich die wieder in händen halte und dass ich mir die schön in der vitrine stellen kann angucken kann und darum geht es mir im grunde klar die sollen jetzt nicht so vermarkt sein als ob man jetzt mit dem rasenmäher drüber gefahren ist aber das muss nicht 100 prozent minz sein für mich nicht für mich absolut nicht natürlich darf man dann auch keine mit preise verlangen was auch wieder so eine sache ist da habe ich noch mal was zum aus spaß wird stress mich kotzen auch die leute an die keine sammler sind die aber alles direkt die in die läden rennen die alles leer kaufen und dann zu wucherpreisen bei ebay oder facebook einsetzen da hat da sucht man eine figur händeringend weil man die figur will und nicht weil man damit profit machen will und dann haben es ausgerechnet die leute die damit gar nichts anfangen wollen und alles und können sondern die haben die einfach nur um geld zu scheffeln und das kotzt mich an ich habe den club wohl jetzt auch schon gesehen bei kleiner zeigen ich weiß nicht was was er jetzt bei rossmann kostet aber 16 990 kostet oder 1999 weiß ich nicht wie gesagt ich habe keinen gekriegt ich werde ihn irgendwann klar werde ich ihn irgendwann haben ich aber im moment halt nicht und da ist einer drin bei kleiner zeigen 50 vb 50 für eine origins figur eine neue figur die nicht mehr wert ist wenn er so wenn er so komplett um lackiert sie ist nicht mehr wert und das ist immer so eine sache klar gibt es wertsteigerung aber nicht bei einer neuen figur und das sind das sind so sachen ich versuche ja immer ruhig zu bleiben ich denke mir immer sollen sie machen wie sie wollen wer das kauft ist selber schuld denke ich mir immer aber wenn ich dann die sachen nirgendwo bekomme und dann nur sowas ist ich meine ich kaufs auch nicht für das geld aber wenn ich sei das macht mich da macht mich stinkesauer das macht mich stinkesauer diese leute haben ja auch keinen charakter die haben ja die haben überhaupt keinen ich will nicht sagen keine ehre aber mal ehrlich und dann dazu dann noch dann dazu dann noch immer zeigen ja ich habe mir den geholt ich habe hier 50 stück gekriegt ihr wer will kann ihn haben für das dreifache oder so ich finde solche leute finde ich einfach nur zum kotzen ganz ehrlich da fällt mir auch nichts mehr zu ein ich kann verstehen wenn wenn sie die ein bisschen teurer machen wenn sie jetzt weiter gefahren sind sprit oben drauf oder was weiß ich keine ahnung von mir aus ich bezahle auch gern fünf oder zehn euro mehr dafür für eine figur ich meine die leute die hier sind ja auch dahin gegangen und und haben sich haben sich die geholt haben die nach hause getragen und alles mögliche wenn sie die dann im laden geholt haben aber da kriege ich da kriege ich hass ich habe auch leute gesehen da muss man ganz klar sagen es sind nicht alle so bei weitem nicht alle das ist wirklich die minderheit gott sei dank ich habe auch leute ich habe ja den den mini comic triclops der ist ja auch limitiert gewesen den habe ich zweimal ich hatte das war ein tauschstil das war ein tauschstil dagegen habe ich auch was getauscht was denselben wert hatte einkaufspreis wohlgemerkt denselben wert hatte und gut und dann wenn ich dann sehe dass der mini mini comic triclops dann jetzt hier für 100 für 150 euro drin ist da packe mich am kopf gleich ist übrigens mit den revelation scare glow nicht den normalen sondern den limitierten da kriege ich da kriege ich hass gut aber ich kaufe den die sachen nicht ich warte lieber muss ich halt warten wenn ich es nicht anders irgendwo her kriege aber da fällt mir nichts mehr wollte ich noch mal kurz loswerden ich wollte wollte jetzt ja auch nicht rum jammern aber ich wollte einfach mal gesagt haben was passiert mit den dingen wenn mir was passiert ja ich musste also meine frau die hat schon ein bisschen ahnung durch mich mittlerweile weil sie das auch mitgekriegt hat wenn ich mir sachen kauf und alles und auch sachen verkauft habe schon sie kennt jetzt nicht alle preise zu jeder figur wie der aktuelle marktwert ist oder so ich weiß aber dass sie meine sachen in ehren halten würde und soll es verkaufen wenn sie geld dafür braucht die gute eistee naja aber meine frau die wird hat schon nicht wegschmeißen oder so und sie wird auf jeden fall damit gut umgehen sagen was mal so zum schluss will ich dann nur sagen ich glaube da war noch so ein punkt wie steht der partner dazu also meine frau die steht bei der sache gott sei dank voll und ganz hinter mir na gut wenn ich es nicht übertreibe ich sage aber nur grundsätzlich sie steht hinter mir sie hat auch verständnis dafür sie interessiert sich jetzt nicht generell dafür dass sie das jetzt auch dass sie die sich masters anguckt oder so im fernsehen aber sie interessiert sich halt dafür wenn ich ihr die sachen zeige und sie geht mit mir auch auf conventions und so weiter wenn man was ist und sucht mit mir auch nach figuren sie wenn ich sage da und da wird diese figur gesichtet da fährt sie auch mit wie heute zum beispiel da bin ich ja auch dankbar für und ich habe sie auch gerne dabei immer und überall und ich habe da keine probleme mit mit ihr und da bin ich auch heilfroh darüber ich kenne auch ich kenne auch genug leute da ist der partner so nicht nur nicht nur nicht dafür sondern der partner ist auch dagegen und zwar richtig dagegen da wird bei jeder figur gemeckert was willst du mit dem scheiß und so ich meine muss nicht jedem gefallen aber muss man dem partner sein hobby vermiesen da also da habe ich kein verständnis für meine frau die ist die sammelt auch übrigens sie sammelt zum beispiel seltene schneekugeln auch von disney und so weiter und ich gönne ihr auch ihr hobby ich unterstütze sie auch dabei habe ich kein problem mit so das wollte ich nur mal gesagt haben weil in meinem kleinen kurzen video in diesem sinne lasst mir gerne abo da und ein like und schreibt man die kommentare wie ihr das so seht in diesem sinne macht's gut ciao ciao